Die Landesregierung hat Eckpunkte für die Novelle des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes verabschiedet. Was ist das für ein Gesetz und was bezweckt ist? Nun, mit dem Erneuerbaren-Wärme-Gesetz leisten wir einen wichtigen Beitrag, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. 30 Prozent der CO2-Emissionen stammen aus dem Wärmesektor. Und wenn man das Ziel hat, dass wir die Treibhausgase bis 2050 um 90 Prozent reduzieren wollen, dann können wir nicht nur im Stromsektor hier angreifen mit dem Thema Erneuerbaren-Energien, mit dem Thema Energieeffizienz, sondern wir müssen uns auch dem Wärmesektor widmen. Und unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren immer mehr erneuerbare Energien auch im Wärmesektor hineinzubringen. Was regelt denn das neue Gesetz genau? Nun, die Eckpunkte für die Novellierung haben wir heute im Kabinett verabschiedet. Und Sie sehen im Kern vor, dass wir die bisher bereits bestehenden Regelungen, nämlich, dass im Gebäudebestand dann, wenn eine Heizung ausgetauscht wird, 10 Prozent über erneuerbare Energien erbracht wird. Das wird es ausweiten auf 15 Prozent. Und der zweite Kernpunkt bedeutet, dass wir nicht nur Wohngebäude hier betrachten, sondern in Zukunft auch Nicht-Wohngebäude einbeziehen. Dem Klima ist es ziemlich egal, ob die CO2-Emissionen, ich sage mal, aus einem Wohngebäude stammen oder aus einem Verwaltungsgebäude oder einem Universitätsgebäude. Und deswegen wollen wir zukünftig auch den Nicht-Wohngebäudesektor einbeziehen. Muss jetzt also jeder Hausbesitzer investieren und erneuerbare Energien installieren? Nein, die Eckpunkte unseres Gesetzentwurfs sehen klar vor, dass der Auslösezeitpunkt für unsere Regelungen dann ist, genauso wie bislang bereits, dann, wenn die Heizung ausgetauscht wird, dann müssen erneuerbare Energien in dem genannten Umfang, nämlich 15 Prozent, eingebracht werden. Und hier bieten wir den Gebäudebesitzerinnen und Besitzern wirklich eine breite Palette von Maßnahmen an, sowohl im Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch im Bereich der Energieeffizienz.